Wir sind jetzt in einem neuen Video schön, dass ihr eingeschaut habt und heute gibt es eine neue Folge Broadstars mit Niki, Jordan und Jannik. Wir haben die hier alle drei dabei. Was geht? Komm Niki, lass erstmal eine Runde starten. Oh, äh, jetzt ist es da. Und jetzt, äh, Jannik und Jordan pushen gerade sein Max auf 750. Ja, also Ruhe aus. Darf ich in Ruhe telefonieren? Eins, ne? Schade. Ja, komm. Schaffe ich aber. Was? Oh, da, ich lauf durch. Nee, warte, kannst grad nicht passen. Ach, nie. Nee, nicht passen, ich passen, versuchst du eh. Ja, schaffe ich eh nicht. So, weiter geht's. Leute, schreibt in die Kommentare, soll ich Kamera anmachen, dass mein Bild zu sehen ist, mein Gesicht und alles? Oder nicht? Und schreibt in die Kommentare, ob wir morgens um 15 Uhr ein Live-Show machen sollen. Können wir eh nicht. Oh ja, am 15 Uhr noch ein Live-Show machen sollen. Ich kann kein Live-Show machen. Warum? Das geht bei mir grad nicht. Das ist irgendwie faberisch. Ich hab WLAN-Lex. Ich will kurz mal checken, ob Yannick und Jordan noch da sind. Ja, wir sind da. Wir sind atro. Oh, das kommt so. Das ist wahnsinnig. So, wir sind mal ein 150er Push machen. Ja. Jordan, ich bin in der Liga. Hallo? Ich schmeck's. Die 150er Push ist da. Werdet ihr ihn nicht schaffen wie gestern? Na ja, ich hab den 750er Push. Ich hab den 750er Push mit Jean geschaffen. Ja, ich bin tot leider. Mist. Ich hab den Bärmachis. Oh mein Gott. Die Nita hat ein Hyperbär. Ich hab's sauber geschafft. Okay, easy gewonnen. Hi. Ja. Frage. Wie war deine Season? Season-Belohnung? Ja. 1000. Scheiße, ein bisschen. Okay, du hast mehr gemacht. Ich hatte, glaube ich, so 600, 700. Okay. Ich hatte 3600. 3600? Das ist wenig. Nicht so ein gutes Team-Reset für mich. Kann ich mir vorstellen. Komm, Pupu. Nein, das passt. Und gegen... Mist. Soll ich jetzt Kamera reinmachen von mir? Ja, mach. Ja. Mach. Mach ich gleich, warte. Wenn wir aus der Runde sind, dann mach ich ja immer. Ich bin halt wieder weg. Lass den Spur aus, bitte. Okay, 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 okay. Go, go, go. Und... So, jetzt mach ich Kamera rein. Einstellungen. Drei, zwei, eins. Okay. So, Leute, da bin ich. Aber ich mach Kamera wieder raus. Die ganze Zeit verfehle ich, die gehen nur um einen Millimeter alt, ne? Noch eine Runde? Ja, okay. Leute, du musst auf gar keinen Fall nach, was ich gemacht hab. Gibt kein Geld, außer ihr dürft neu. Gibt einfach kein Geld, sondern frisch Geld. Gibt noch mal 200 Euro aus? Wir haben kein Beispiel an mir. Micky, wie viel Geld hast du denn jetzt überhaupt ausgegeben? 150, glaube ich. Mehr. Deine Mutter ist doch schon halb arm. 150. Und fast bei 200. Ich hab grad mal 100. Ja, Junge, ich nehm auch gleich Frank. Alter, kann ich auch durchlatschen. Der latscht ja einfach von der Seite komplett durch. Hopps. Junge, mein Bär rasiert. Der hat jeden Gegner fast geholt. Komm, Niki. Hau, ich hab einen Tor gemacht. So ab, glaube ich. Ja, so abste aber. Du Esel. Was? Nita hat nur zweimal Gadget? Ja. Was ist das denn für ein behinderte... Müll. Oh, hat auch nur zweimal Gadget. Das ist ja voll kackt. Warum lassen die es nicht bei drei? Ja, Gadget von Bo, wo man seine Ulti auflädt. Richtig OP. Ja, für Bo, deine Ulti. Was bringt'n dir die? Ja, du kannst dich damit nur herausreißen. Oder wenn du den dringend hast, scheinbar ist, wenn du den dringend hast. Worüber redet die noch? Über Bo seine Ulti. Die ist voll scheiße. Ja, Bo. Ja, ich kann nicht lang okay sein. Na, ich kann nicht laufen. Wie in der Nix. Minus 6. Wer nennt sich denn bitte Showdown? Showdown. Shutdown. Shutdown. Der ist Shadow genannt. Showdown. Shadow. Rächtiger Unterschied. Da ist ein Unterschied. Der ist nur ein U drin. Schwuldown. Der ist Shadow. Nein. Ich bin zwar auch gefühlt im One-Hist, aber auch gar... So, ich hab' den so hops genommen. So, Leute. Das war's mit dem Video. Hoffentlich hat's euch gefallen. Wollt ihr noch was sagen? Ja, die Abo-Ider. Abonniert, komm, ihr seid die Joel-Gangster. Komm, die Joel-Gangster. Wir schaffen die Milliarden Abos. Hoffentlich schafft ihr die zwei Abos. 60 Daumen nach oben. Schaffen sie eh nicht. Die nächste Folge ist 20 Daumen nach oben. 20 Daumen nach oben. Wenn du das schaffst, machst du... Wenn du das schaffst... Dann mach' ich ein Video, wo ihr alle dabei seid. Ja. Wow. Sind wir doch jetzt schon eh. Nee, wo wir... Wir... Wo ihr... Wo wir... Deutschland schon eh? Wo wir... Wo die Gesichter zu sehen sind. Ja, ne. Ah, ja, John. Okay. Das ist... Wir... 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 Bei 20 Likes zeigst du deine Wohnung. Ja, kann ich machen. Mach' so kleine Ruentour. Haustour. Ich hab' doch schon gesagt, wo ich wohne. In Henningsdorf. Mit my friend. Äh, Karl-Marx-Straße 12. Falls ihr mich besuchen wollt. Komm, Rütti. Bam. Big Shark. Boom. So, Leute. Das war's mit dem Video. Und bis bald.